Was ist die Nachrüstung der Leopard-Panzer in der Türkei? Dass jetzt erstmal die Nachrüstung der Leopard-Panzer in der Türkei aufgeschoben wird, das ist so typisch Sozialdemokratie. Nichts entscheiden, verschieben und in der Hoffnung, die Debatte kühlt ein bisschen ab in den nächsten paar Wochen und dann wird es am Ende doch genehmigt. Solche Reaktionen haben wir so oft in den letzten Jahren gesehen. Und das ist ja nichts Neues. Schon vor einigen Jahren haben wir auch deutsche Leopard-Panzer von der Türkei in Syrien gesehen. Das heißt, man hätte schon lange eine generelle Reißlage ziehen können. In den 90er Jahren gab es in Deutschland eine ganz kritische Debatte, weil klar war, da benutzt die Türkei auch Waffen aus Deutschland im Krieg gegen die Kurden, in der Unterdrückung dort, im Faschismus in der Türkei. Und da gab es dann diese Regelung, dass aus Deutschland gelieferte Waffen ausschließlich für, ich sage jetzt mal allgemein, normale Auslandskriege benutzt werden dürfen, aber eben nicht im Kampf gegen die Kurden. Da haben die Türken sich wahrscheinlich auch dran gehalten. Ich weiß, als ich vor ein paar Jahren dort war, als wieder kurdische Städte in der Türkei bombardiert wurden durch die türkische Armee, da haben wir auf all den Videos keine einzige deutsche Waffe gesehen. Und auch jetzt werden die alten Leopard-1-Panzer in Syrien bislang nicht eingesetzt. Wir haben kein Foto gesehen, sondern nur die Leopard-2-Panzer, die eben nicht diese Einschränkung haben. Das heißt, es war offenbar eine effektive Regelung, die aber dann aufgehoben worden ist, nachdem auch da die Debatte in Deutschland in den letzten 15 Jahren ein bisschen abgeflacht ist. Man muss dazu sagen, dass die Türkei relativ weit ist mit einer eigenen Waffenindustrie. Das heißt, das sind oft Zulieferungen für Dinge, die die Türkei selbst herstellt. Die Türkei baut selbst einen eigenen Kampfpanzer zum Beispiel, aber der Motor kommt aus Deutschland. Ich war im letzten Jahr auf einer Waffenmesse in Istanbul und da hat der MTU ganz stolz damit geworben, dass sie sozusagen das Herz des türkischen Alltag-Kampfpanzers liefern. Also das ist sehr weit verbreitet, dass Zulieferungen sind. Es gibt auch sehr viele Waffenfabriken, die aus Deutschland mit aufgebaut worden sind in der Türkei. Das heißt, eine Art Lizenzproduktion. Insofern kann man das, glaube ich, gar nicht differenzieren. Es gibt diese eine Waffe, jenes eine Waffensystem, sondern in der ganzen Bandbreite wird die türkische Rüstungsindustrie, die weit fortgeschritten ist, aus Deutschland unterstützt. Und da passt eben auch jetzt der Plan von Rheinmetall rein, gemeinsam mit türkischen Firmen zusammen den neuen Kampfpanzer zu bauen. Ich bin über den aktuellen Stand nicht informiert, aber natürlich, Türkei als NATO-Partner, da gibt es einen regen Austausch, auch Ausbildung natürlich von türkischen Führungsoffizieren an der Führungsakademie in Hamburg. Also da gibt es einen regen Militär- und Sicherheitsaustausch. Wir haben immer gesagt, als die Situation immer undemokratischer wurde von Erdogan in den letzten Jahren, der erste Schritt, bevor man überhaupt über Wirtschaftssanktionen, EU-Verhandlungen nachdenken muss, sein, die gesamte Sicherheitskooperation einzustellen. Das heißt, keine Zusammenarbeit mehr auf der Geheimdienstebene, keine Waffenlieferung, aber auch keine Ausbildung von Polizei und Soldaten. Ich habe immer die Vorstellung, dass die Polizisten, die Dennis Hitchell festgenommen haben, möglicherweise in Deutschland ausgebildet worden sind. Die Forderung steht ja in den letzten zwei, drei Jahren im Raum, die Sicherheitskooperationen aufhören und als allererstes müssen die Waffendieferungen aufhören. Da hat die Bundesregierung ja zwischendrin auch mal kurzzeitig reagiert. Es gab diese Phase vor gut einem Jahr, wo dann mehrere Rüstungsexportvorhaben in die Türkei gestoppt wurden, nicht genehmigt wurden von der Bundesregierung. Viele andere wurden auch genehmigt, das war auch damals schon halbherzig. Und ich glaube, jetzt muss, egal wie die nächste Bundesregierung heißt, wann sie sich konstituiert, muss sie eigentlich einen generellen Rüstungsexportstopp in die Türkei verabschieden. Und das braucht Druck von der Straße. Da muss also dieses ganze Thema Leopard-Panzer in Nordsyrien, der Angriff auf Rojava, das muss noch viel stärker auf der Straße auch Thema werden und die zentrale Forderung sofortigen Waffenexportstopp. Untertitelung des ZDF für funk, 2017